So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Es ist kurz vor 4 Uhr, als ich diese Sendung hier aufnehme, aber es geht um die Ass-Trainer-Medaille. Ich weiß nicht, wie weit ihr da seid, ich weiß nicht, ob ihr die früher schon vergoldet habt, ob ihr früher die schon vollgepackt habt, ob ihr die gar nicht kanntet von früher, ob ihr neu dabei seid. Früher konnte man die ja anders pushen als jetzt. Jetzt ist es sozusagen schwerer, die zu pushen. Zwischendurch wurde die auch deaktiviert, beziehungsweise konnte man gar nichts mehr daran machen. Viele haben gesagt, toll, ich habe die jetzt noch nicht auf Gold gehabt oder so. Wie soll ich die jetzt noch vergolden? Kam aber mittlerweile zurück. Wir wollen jetzt erstmal kurz nachschauen, wie viel wir bei der Medaille überhaupt haben. Ich muss nur kurz meine Gedanken mal zusammen nehmen, was ich überhaupt gerade vorhabe oder machen will. Ich suche die Ass-Trainer-Medaille, genau. Das ist diese hässliche. Wie aussieht, als würde man... Nee. Sieht aus. Mit dem Handschuh, genau. Ich habe es direkt vor Augen und sehe es nicht. So sieht es aus. Wunderbar. Hä? Wo ist der Handschuh? Ach, hier unten. Ah. Ich brauche ja nicht da oben suchen. Ich bin ja noch so weit entfernt. Das sind ja alles Platin-Medaillen und dann Gold-Medaillen. Und das hier ist ja dann erstmal Silber, ja. Ihr seht, zehnmal trainieren, Bronze. Hundertmal trainieren, Silber. Tausendmal trainieren, Gold. Und zweitausendmal für Platin. Das ist meine absolute Hass-Medaille. Ich konnte auch früher nie trainieren. Das ist das Problem. Trainieren war früher, du bist an eine gelbe Arena gegangen. Wenn du gelb warst, wenn da welche drin gesessen haben, musstest du an der Arena trainieren, um Plätze frei zu machen, dass du dich auch mit reingesetzen konntest. Du musstest das Prestige-Level der Arena erhöhen, dass Platz war, dass du dich reingesetzen konntest. Leider gab es früher keine gelben Arenen. Alle waren rot oder blau. Egal, wo du hingegangen bist, waren die Arenen rot oder blau. Und du musstest kämpfen. Das hat für die Kampfmedaille gezählt, aber natürlich nicht für die Trainermedaille. Dann hast du da halt drin gesessen und dann waren eh noch 20 Plätze frei. Und erst die Nächsten mussten dann trainieren da dran und das Prestige erhöhen, dass da Platz drin war. Also ihr seht, ich bin noch meilenweit entfernt. Ich habe nicht mal die Hälfte. Wie viel habt ihr auf eurer Trainermedaille? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt gibt es einen Trick. Beziehungsweise, man könnte nicht sagen Trick. Trick ist ein richtig dummer Begriff. Es gibt einen Tipp, wie man schneller trainieren kann. Und wie man die Medaille schneller vergoldet oder versilbert. Je nachdem. Ach, verplatiniert. Sagen wir es mal so. Die Astrena-Medaille in Pokémon GO steht immer wieder in den Schlagzeilen. Doch ausnahmsweise nicht negativ. Dann geht es um den YouTuber, der verschiedene Sachen durchgetestet hat. Hier steht auch nochmal das alles in dem alten Arena-System. Bis zu 10 Spieler in einer Arena. Ja gut. Wer das nicht kennt, ist egal. Wer das kennt, weiß ja eh Bescheid. So. Jetzt gibt es hier einen YouTuber. Der YouTuber Pokémon Sam hat sich diesen Problem angenommen und hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Durchgespielt und die schnellste Möglichkeit entdeckt, die Pladin-Medaille zu verdienen. Ist das nicht Pukki? Nein, natürlich nicht. Die Lösung heißt Crypto Toheido. Fertig. Mit der Attacke Wasserfall. Gegen Candela, also die rote Trainerin, deren Pokémon in der Superliga alle vom Typ Feuer sind, ist Toheido der schnellste Angreifer, den es aktuell im Spiel gibt. Grund hierfür ist der ohnehin schon sehr hoher Angriff, gepaart mit dem Krypto-Bonus, der nochmal 20% mehr Schaden anrichtet. Eine Ladeattacke ist hierfür nicht nötig. So. Wir können uns den Rest noch durchlesen. Wir wollen jetzt aber einfach mal gucken, was passiert denn, wenn wir Toheido nehmen und ist das so richtig? Ich habe mir dazu theoretisch ein Team vorbereitet. Ich habe aber das Toheido nicht gepusht. Ich glaube, es wäre natürlich sinnvoller, wenn man das Toheido pusht, dass es wenigstens annähernd irgendwo in den Bereich der Superliga kommt. Und meins hat jetzt hier 490. Das ist auch das Einzige, was ich hier auf der Hand habe. Vielleicht wäre ein anderes noch sinnvoller oder besser gewesen. Wir geben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Staub hier aus. So. Bis wir 1489 haben. Habt ihr auch ein Krypto-Toheido auf der Hand? Wie hoch kommt das bei euch oder wie nah kommt das an die 15.000 ran? Ich gebe jetzt also 83.000 Staub aus und 104 Bonbons. Das schmeißen wir jetzt mal hier drauf. Ja, da freut er sich. Es ist auf jeden Fall Kaskade drauf. Also Kaskade ist ja Wasserfall. Ich habe das dann hier schon vorbereitet in ein Team. Wenn ich jetzt gegen Candela kämpfen möchte, müsste mir das jetzt mein Team zeigen. Mein Beutel ist voll. Okay. Wir wollen den Beutel jetzt aber nicht leeren. Es geht einfach nur ums Team. Wir probieren jetzt den Trick oder Tipp. Danach zeige ich euch, wie ich das sonst immer gemacht habe. Und dann könnt ihr ja sehen, was schneller ist. Ihr nehmt vorne also irgendein Pokémon rein. Denn ihr kämpft damit nicht. Ihr packt Toheido auf Platz 2. Und wenn ihr eintretet, wechselt ihr direkt auf Toheido. Das im Prinzip diese 3-Sekunden-Regel gilt. Wo der Gegner sozusagen nichts machen kann. Aber ihr schon was machen könnt. Was also total unfair ist. Aber okay, es ist ja auch Pokémon. Da kann man ja mal... Wo ist denn überhaupt Toheido jetzt hier? Ich muss mal da drauf drücken. Wo zeigt es mir den denn an? Hier drüben. So, ich drücke hier drüben auf Toheido. Komme rein. 1, 2, 3, 4. 4 mal angegriffen. Dann war es tot. 1, 2, 3, auch 4. Oder ich kann nicht zählen. Genau. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wahrscheinlich waren es 6, weil am Anfang das auch gezählt hat. Wie lange hat das jetzt gedauert? Der Beidle ist immer noch full. Und jetzt möchte ich euch gleich mal zeigen, wie ich das sonst nämlich immer gemacht habe. Es ging auf jeden Fall relativ schnell, würde ich mal sagen. Ich habe die ganze Zeit nämlich, als ich auf mich alleine gestellt war, habe ich mir hier vorne ein Mantax reingenommen. Weil ich cool bin, habe ich Mantax genommen und habe so gekämpft. Mantax habe ich sowieso auch immer für die GBL genommen und alles. Ich habe gedacht, Mantax ist ja ein Wasser-Pokémon. Das hat bestimmt schnell seine Attacke voll. Also habe ich angegriffen. Mantax, los. Mantax, schnell. Mantax, mach mal Blubbstrahl. Dann kannst du den Angriff des Gegners schwächen. Also habe ich schön den Blubbstrahl voll gemacht. Habe wieder weiter mit Blubber angegriffen. Sein Angriff sinkt. Bis ich meinen voll habe, ist er bestimmt tot. Er macht jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Dann kommt der andere irgendwann rein. Wasser ist natürlich immer noch effektiv. Jetzt habe ich theoretisch gleich zweimal den Blubbstrahl voll. Könnte den jetzt auch fast zweimal hintereinander machen. Wir machen den aber jetzt hier. Ihr seht schon alleine das Ausführen der Charge-Moves dauert einfach tausend Jahre. Also weiß ich nicht. Da wäre es wirklich sinnvoller. Man braucht gar keinen Charge-Move. Jetzt haben wir hier den zweiten Weg. Jetzt kommt Formio. Formio ist sehr hartnäckig. Ich glaube, ich hätte sogar jetzt einfach Eis nehmen können. War ja auch voll. Wir probieren es einfach zweimal. Blubbstrahl einmal drauf. Oh mein Gott. Er hat ja immer noch ganz viel Energie. Nochmal Blubbstrahl. So. Nehmen wir nochmal. Blubbstrahl draufgeknallt. Wunderbar. Und er hat natürlich immer noch was übrig. Aber wir haben ja zum Glück noch unseren Blubbstrahl voll. Also nehmen wir nochmal Blubbstrahl. Wieso fliegt das eine immer zu weg, Mann? Ah, zwei. Nur großartig. Okay. Es ist, wie gesagt, es ist kurz vor vier. Und, ja, wir haben es besiegt. Und wenn ihr jetzt da sitzt, ihr kriegt ja nicht für drei Pokémon dreimal trainieren da drauf. Ihr kriegt ja für die ganze Candela kriegt ihr ja insgesamt nur einen Punkt, obwohl ihr drei Pokémon besiegt. Wäre natürlich cooler, wenn das einzelne Pokémon passt und ihr gleich drei Punkte mit einmal bekommen könnt. Das kriegt ihr aber nicht. Jetzt nochmal der Unterschied, wenn wir wirklich hier einwechseln. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und es ist vorbei. Ihr seht, wie schnell und einfach das ist. Wir waren bei 88 und sind bei 89, also 689. Das ist so nervig, also. Wer macht sowas freiwillig? Wer hat das auf Gold? Wer hat die... Wer hat den höchsten Wert bei der Astrener-Medaille? Jetzt kommt mir hier nicht mit. Ich hab 5000 oder so. Es steht auch nochmal hier. So kann man, sofern man die Breakpoints gegen Jungglut beachtet, Sierra in nur 28... Wieso denn plötzlich Sierra? Ich denke, es ist Kandela. Junge, Junge, Junge. Sierra in nur 28 Sekunden besiegen, da Jungglut nur nach vier Kaskaden besiegt ist. Sofern man den Breakpoint nicht erreicht, besiegt man es in fünf Kaskaden. Braucht also etwa zwei Sekunden länger für den Kampf. Äh... Wie viel habe ich denn insgesamt gebraucht? Warum steht hier oben so ein Durcheinander? War das nicht hier oben nochmal irgendwas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, da stand generell irgendwas mit 4 auf das, 3 auf das, 3 auf das oder so. Und wenn man Pech hat, halt 5 auf das und 4 und so. Vielleicht habe ich mir das auch nur aus... Vielleicht habe ich das einfach nur geträumt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Jungglut mit vier Kaskaden oder halt fünf Kaskaden. Ihr habt es ja selbst gesehen, bei den meisten hat es jetzt vier oder drei... Äh... Meistens, nee, fünf oder vier Sachen gedauert. Ging auf jeden Fall, bedeutend schneller. Hat mehr Schaden gemacht. Hat alles ausgehalten. Man musste keine Schilder einsetzen. Man konnte... Ja... Man hat die Ladeattacke einfach weggelassen. Und es ist so spät. Ich habe das letztens gesehen, mal den Artikel. Ich wollte schon lange mal ein Video drüber machen. Habe gedacht, ach brauchst du nicht, kennt jeder, aber... Irgendwie habe ich nichts weiter davon gesehen oder gehört oder gelesen. Also habe ich mir gedacht, nö, mach jetzt immer noch nachträglich mal ein Video dazu. Wer das nicht kennt, wer das nicht weiß. Oder schreibt mir mal rein. Wie trainiert ihr? Mit welchem Team trainiert ihr? Mit welchem Pokémon trainiert ihr? Habt ihr eine Methode, die schneller geht und effektiver ist? Dann lasst es mich gerne wissen. Denn das ist wirklich eine komplette Hassmedaille. Und... Weiß ich nicht. Scheint aber wohl die schnellste Lösung jetzt zu sein. Sonst hätten die nicht extra da einen Bericht drüber gemacht. Wenn euch das hilft, schreibt es mir rein. Das war es von meiner Seite aus. Und schreibt rein, wie viel habt ihr auf eure Ast-Trainer-Medaille. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for how to. Euer Ramses. Peace out for now.